Hallo und willkommen zurück bei Afraid of Monsters. Ich sitze nicht gut? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Oh Gott. Was soll das jetzt? Achso, ich werde. Hm, ah. Wieso ist es hier rot? Hä? War ich hier nicht schon? War ich hier nicht schon? Ich könnte, natürlich war ich hier schon. Da habe ich ja den Knopf betätigt. Nur was habe ich damit... Oh. Oh. Nein. Oh. Remember blue light to the blue door. Ähm. Wo gehöre ich hin? Weiß das jemand? Oh Gott. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es einfach, dass da irgendetwas kommt. Au. Wieso? Sterben die nicht. Ich hänge. Okay. Hat irgendwas da drinnen? Irgendwas hier zu öffnen? Grün. 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 Wo war... Grün. Grün. Gibt es irgendwo eine Karte? Gibt es irgendwo eine Karte? Grün. 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 Das ist die blaue Tür. Grün! Grün! Die Batterie segelt zu Boden. Es sieht aus wie etwas in der Trashcan. Was bist du? Toll! Toll! Echt toll! Hallo? Wow! Wow! Nein, 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 nein! Verdammte Scheiße! Ich habe nicht gespeichert. Nein, 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 nein! Stirb, steh! Okay. Zum Glück tut er da Autospeichern. Okay, den schaffen wir so nicht. Jetzt speichere ich mal so. Nicht load, save. Wieso bist du jetzt nicht tot? Vier Leben! So macht man das heutzutage. Ha, ha! Next! Next! So gefällt mir das. Könnten aber ruhig ein wenig mehr Leben haben. Ich speichere jetzt einfach mal unter irgendein... Nicht laden. Unter dem älteren Speicherstand. Weil es jetzt doch noch was schief gehen sollte. Wozu brauche ich... Ich brauche Leben! Kann ich das? Ich kann. klauen. Ah, ha, 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 ha. Damn it, Dushot maybe we can find another way! Ich nehme mal an. Oh. wieso ist gerade jetzt meine batterie aus ich sehe nichts hier bleibe ich jetzt da ist es schön hell ah der ist wie soll ich denn sonst hier besiegen oh ok speichern wir mal oh eine schundfängte und irgendein typ der mich jetzt töten wird ok der kommt da ist da noch irgendeiner oder kann ich mich jetzt in ruhe um die kisten kümmern ich trau dem nicht sehr schön das gefällt mir wir haben immer noch so wenig batterien erst also strom für die taschenlampe ich nehme jetzt was ich finde oh hallo kollege was woher woher die sind doch gerade vom himmel gefallen oh die schundfängte ist cool wenn ich nur beim ersten schuss treffen würde wäre das hier noch cooler hallo kollege was macht er immer ich weiß nicht jetzt kann ich nicht mehr weg weil ich blind bin zu laufen weil es nicht 20 292 ist das nicht die gleiche waffe nein es ist nicht ich nehme die mit mehr schuss hallo kollege will mir da den weg abschneiden was soll es hier auch noch geben ich sichere jetzt erstmal alles ab ok wenn ich mal dass es hier halbwegs hell ist weil da brauchen wir nicht taschenlap und die haben immer noch nur 8 geht nicht auf ok dann gibt es nur diesen einen weg ok ein gegner weniger speichern immer schön speichern immer schön speichern immer schön speichern wir hätten auch mein magazin da unten ist die küche war da vorher auch schon so viel blut da unten geht etwas ich hätte gesagt wir machen hier ein kleines folgenpäuschen wir sind zuerst bei 15 minuten aber das passt schon bis dann ciao auch bis zum ab bis zum Vielen Dank.